Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Rayman. In der letzten Folge habe ich nicht so ein Bullshit gemacht. Und in dieser Folge habe ich eigentlich nicht vor, weiterhin so ein Zeug zu machen. Äh, nein, natürlich, in der letzten Folge sind wir im ersten Level, oder wir sind jetzt quasi im zweiten Level von der ersten Welt von Mr. Scob oder wie der heißt. oi oi oi, ich will das P haben, danke. Jetzt schnell weg hier. Ach, Gottchen. So, also, in der letzten Folge haben wir schon vier Käfige, auf jeden Fall, hier in der Welt gefunden. Weil, warum auch immer, finde ich die plötzlich alle. Aber ich weiß ja auch mittlerweile, dass ich alle brauchen werde. Ach, das ist an diesem Spiel so dämlich Dieses Schwungverhalten Besonders bei den roten Teilen Äh Noch 69 leben Ähm, ja Das ist nur eine Zahl, Leute 69 ist auch nichts anderes als eine Zahl Das ist genau die gleiche Zahl wie 5 Oder 2 oder 17 Oder 22 Eins davon war mein Alter Und es war nicht 17 Lass mich raten, es war 5 Ja, natürlich Ihr habt mich erkannt Ich bin's, der legendäre 5-jährige Streamer Obwohl, seit 5 Jahren mache ich das Ganze Hm Äh, Streamer sage ich auch gerade Let's Player, aber Ich mache seit 5 Jahren YouTube Nicht Let's Plays Was geht eigentlich mit der unteren Wolke? Ah, ich habe ja jetzt mal Zeit, das herauszufinden Yay Alter, voll krass, Mann Guck mal, der ist schon wieder draufgegangen Yeah Mann, dieser 5-Jährige ist ja super drauf Wow, kann mich gar nicht treffen Warum ducke ich mich andauernd? Ja, guck mal, wie der voll diese kleinen schwarzen Männchen Oder dunkelblauen Männchen da Wegknallt Voll krass, Mann Voll, voll radikal, dieser 5-Jährige Das ist natürlich Klar Ich bin jetzt HPK, der 5-Jährige Streamer Oder so Näh, dann sagen mir Leute nur Ey, der bezieht sich als 5-Jährig Gronkh sagt immer, er ist 12 Ey, voll der Nachmacher, der HPK Macht voll den Gronkh nach Leider nicht Wenn ich Gronkh nachmachen würde Würde es ja vielleicht irgendwie erfolgreich werden Und dann hätte ich Achso, das ist nur eine Sicherheitswolke Ähm Und dann würde ich ja auch irgendwie so An die hunderte, tausende Von Millionen Zuschauer haben Wieso springst du nicht einfach ordentlich ab, Rayman? Ich hab das Gefühl, er will einfach ertrinken Er hat gerade richtig das Verlangt, danach zu sterben Dieser Rayman Und kriegt immer wieder einen Respawn Suizid, you doing it wrong Nein, das sollte jetzt kein Spaß Gegen, für Suizid sein, wie auch immer Das war einfach aus der Situation heraus Bitte keine Debatten in den Kommentaren starten, okay? Ich nehm's ja schon zurück Ich entschuldige mich dafür Ach, was ist denn das gerade? Alter, was macht denn der? Entschuldigung? Hä? Ähm Rayman Wieso Wieso hält er sich da oben nicht mehr fest? Ähm Willst du mich verarschen? Hä? Was? Ich bin immer nur normal hochgesprungen Was für blöde Blöder Mist, ey Das einzige, wonach Mich hier Nach schon graust Ist, dass ich dann wieder Die ganzen Leben farmen muss Ich meine Es geht jetzt mittlerweile Ein bisschen schneller Seit ich mir angewöhnt habe In den Leveln auch zu rennen Und Ähm Seit ich auch das zweite Level Mit dazu benutze Weil das Definitiv mehr Tinks hat Ich glaube, das hat 95 Tinks Oder so Und Ja, wie gesagt Seit ich das benutze Äh Oder das so mache Habe ich schon Wesentlich schneller Leben gefahren Deswegen habe ich jetzt so viele Und ich mache das meistens Irgendwie während ich Ein Livestream gucke Oder so was Oder einen Film laufen lasse Habe ich mir jetzt richtig So ein bisschen Da oben war noch ein zweites O Vor dem roten Das ging wahrscheinlich Zu nem Dings Zu nem Käfig Ich kann es mir jedenfalls Gut vorstellen Und das mit den Wolken Hat mal hingehauen Ich glaube, es hackt Was? Aua Das war doch ein bisschen böse Gerade Ah Wofür ist die Wolke dort? Die ist einfach nur so da Falls man das Verkackt hat Mit der Plattform Dass man da Rechtzeitig rechts hinkommt Wobei man irgendwie Im Wasser gelandet wäre Aber das ist ja egal, ne? Und damit haben wir Den Kristallpalast Schon mal abgeschlossen Das speichere ich mir Jetzt mal ab hier Oh yeah Part 23 Fängt schon mal gut an Äh, nee Dahin wollte ich nicht zurück Und vier Käfige Sehr schön Essen bei Joe Oder Joey Wie auch immer Na, mal gucken Okay, er redet mit mir Ich kann nirgendwo hin Ja, Joey Achso, ich muss hier stehen bleiben Damit er weiter quatscht Joey gibt Raymond Ein Glühwürmchen Um die Dunkelheit zu erhellen Okay Oh Gott Davor hatte ich schon Angst Das gibt's nämlich auch schon In der Wenn man einfach Im Startmenü bleibt Und nicht irgendwie Ins Spiel reingeht Dann wird einem das Auch schon gezeigt Ich meine Hier war irgendwie was Mit dem Käfig Das hab ich halt Im Speedrun so gesehen Kann auch sein Dass es einfach nur Das hier war Und Durch den Speedrun Weiß ich auch Dass Die Faust Immer Äh Das Licht Das Licht Immer mit der Faust geht Okay In die Richtung ist Offenbar nichts Und weg mit dir Ne, nicht ganz Dann ein bisschen näher Und zack Nein Ich hasse diese Teile Hab ich das schon mal gesagt Und Hap Jawohl So Dich auf jeden Fall Noch weg Haben wir hier oben Irgendwie was Ich dachte da oben Wäre was mit dem Ah Seht her und staunet Ein Käfig Was man sich von Speedruns Nicht alles abgucken kann Was Danke Okay Die Käfigsuche Werde ich aber dann Erst fortführen Weil ich mir Aufgeschrieben habe Wo sie alle sind Ich will hier erst mal Irgendwie heil durchkommen Dann mit 66 Leben Fängt das Spiel Doch erst an Oder irgendwie so Jetzt haben wir aber 67 Und da oben ist irgendwas Oh jetzt wäre ich beinahe In meinen Verderben geflogen Hepp Da hin Okay Habe ich das grad richtig gesehen? Da oben ist ein Weg Kugel 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 Und ne goldene Faust Okay und dann landet man wieder hier drauf Was Ich bin doch gerade von da weggesprungen Hä Was war denn das grad komisches? Ich bin doch gerade über den Meteoriten Gesprungen Und Ach egal Das ist wieder was was ich falsch gesehen habe Einige Sachen die habe ich auch immer einfach irgendwie Falsch interpretiert glaube ich in diesem Spiel So Alles klar Springst du auch mal? Das habt ihr aber auch gerade mitgekriegt Dass der Instant den Propeller angemacht hat Ohne zu springen oder? Ich glaube das lag daran Dass gerade in dem Moment der Dings Äh Die Wolke unter meinen Füßen weg war Aber Trotzdem Ich hatte keinen Zwischenspeicherpunkt Das ist wieder der Anfang Okay Gut das ging auf Anhieb Den haben wir auch direkt getroffen Achso ja hier hatten wir jetzt die Wolke Womit wir eigentlich hier hoch kommen Aber da wir den Käfig schon haben Ist das ja sowieso egal Danke Ich hätte darüber springen müssen Warum dachte ich jetzt Es geht unten weiter Mit einer Wolke oder so Ich und mein Siebgedächtnis gerade Alter Schwede Jeder der sagt Dass Rayman ein Kinderspiel ist Der soll es selbst mal spielen Es macht ja Laune und alles Aber es ist trotzdem sauschwer Also das sieht stellenweise einfacher aus Als es wirklich ist Einfach weil manchmal Hitboxen Warum denke ich schon wieder Dass ich hier runter spring Achso Hm Dieses Leben habe ich mir gerade erfolgreich verbaut Ich hätte mich eigentlich noch da festhalten sollen Wie gemein Achja hier war das ja erst Und zack Bimm Bimm Weg mit dir So einmal ducken Dann kommt jetzt der Felsen Dann kommt da der Typ Und rüber da Hier noch irgendwie was Wirklich nur ein paar Tings Sieht aus als wären nur ein paar Tings Die heißen übrigens Tings und nicht Things Wie ich immer gesagt habe Jetzt bin ich glaube ich wieder an unserer Lieblingsstelle hier Genau Was? Okay Alles 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 okay Das ist es okay Ist es okay Es ist okay Ok Es ist okay Es ist okay Es ist okay zum einsammeln und ende okay bling noch und noch so ein level nein oh gott gut einmal schwingen einmal schwingen noch mal schwingen so sehr gut was bitte okay gut das werden wir uns aber in der nächsten folge weiter angucken wenn es wieder heißt let's play dankeschön erstmal fürs zusehen für diese folge ich bin hbk und tschüss bis dann